Triathleten des SV Sulmettingen bei der Challenge Roth dabei. Die Triathleten des SV Sulmettingen haben am vergangenen Wochenende einen bemerkenswerten Auftritt bei der legendären Challenge Roth hingelegt. Diese Veranstaltung, die jedes Jahr weltweit tausende von Athleten und Zuschauern anzieht, gilt als eine der anspruchsvollsten und renommiertesten Langdistanz-Triathlon-Wettkämpfe. Roth, eine kleine Stadt in Bayern, verwandelt sich jährlich in das Zentrum der Triathlon-Welt, wenn Profis und Amateure gleichermaßen die Herausforderung annehmen, 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer Rad zu fahren und zum Abschluss einen Marathon über 42,195 Kilometer zu laufen. Der Wettkampf stellt dabei nicht nur eine enorme physische, sondern auch eine mentale Belastung für die Teilnehmenden dar. Die Athleten des SV Sulmettingen haben sich monatelang auf dieses Ereignis vorbereitet. Das Training war hart, aber jeder Schweißtropfen war es wert, erzählte Teamkapitän Michael Bauer, der bei der Challenge Roth zum dritten Mal an den Start ging. Diese besondere Atmosphäre und die Unterstützung der Menschen entlang der Strecke geben einem unglaublichen Antrieb. Die Ergebnisse des Teams können sich sehen lassen. Bauer selbst konnte seine bisherige Bestzeit verbessern und kam nach 10 Stunden und 15 Minuten erschöpft, aber glücklich ins Ziel. Besonders hervorzuheben ist auch die Leistung von Lisa Meyer, die als einzige Frau des Teams antrat und ihren ersten Langdistanz-Triathlon mit einer beeindruckenden Zeit von 11 Stunden und 30 Minuten beendete. Es war eine unglaublich intensive Erfahrung und ich bin froh, dass sich all die harte Arbeit ausgezahlt hat, berichtet Meyer strahlend. Eine so herausragende Leistung verdankt das Team auch der Unterstützung durch ihre Trainer und die Trainingsgemeinschaft im Verein. Wir sind wie eine große Familie, jeder hilft jedem, sagt Trainer Thomas Wiedemann. Die Vorbereitungsphase umfasste gezielte Einheiten in allen drei Disziplinen sowie Kraft- und Ausdauertraining. Die Veranstalter haben in diesem Jahr erneut ihren Ruf als exzellente Gastgeber bestätigt, was von allen Seiten hervorgehoben wurde. Nach ihrem Erfolg in Roth blicken die Triathleten des SV Sulmettingen optimistisch in die Zukunft und planen bereits ihre nächsten Wettkämpfe. Wir sind motiviert, noch härter zu trainieren und unsere Zeiten weiter zu verbessern, sagt Bauer abschließend, während er schon wieder die kommenden Herausforderungen ins Auge fasst. Die Leistungen von Bauer Meyer und den anderen Athleten des SV Sulmettingen bei der Challenge Roth haben nicht nur ihren Verein stolz gemacht, sondern auch gezeigt, dass mit Leidenschaft und Disziplin beinahe alles möglich ist.